Mehr Unterkünfte für Flüchtlinge. Kommen meine Damen und Herren zum Hamburg-Journal. Es war die Eilmeldung des Nachmittags. Die Flüchtlingszahlen werden in diesem Jahr erheblich höher ausfallen als bislang erwartet. Bis Ende des Jahres rechnet die Bundesregierung mit bis zu 800.000 Asylanträgen. Viermal so viele wie im vergangenen Jahr. Und so zwingt der größte Zustrom von Flüchtlingen seit Bestehen der Bundesrepublik, auch unsere Stadt, die Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten weiter zu beschleunigen. In diesem Matsch sollten heute bereits 22 Bundeswehrzelte stehen und Flüchtlinge in diesen Tagen unterkommen. Doch der Aufbau ist für die gesamte Woche abgesagt. Die Bundeswehrzelte hätten hier keinen Halt gefunden. Der Boden des Concordia-Stadions durchweicht durch vier Tage Regenwetter. Eine Firma soll nun den Platz aufschütten. Diese Pläne des Senats sind vorerst ins Wasser gefallen. Das viele Wasser von oben sorgt auch im Zeltdorf in Jenfeld für Sorgen. 700 Flüchtlinge leben auf der Wiese. Hier haben nicht nur über 80 Flüchtlinge Kretze, auch Dutzende Kinder sind erkältet. Der Arzt könne längst nicht alle behandeln, heißt es. Die Zelte sind zum Teil nicht richtig dicht. Es soll zum Teil reinregnen, die Kleidung wird einfach nicht trocken. Letzte Woche haben sie uns gesagt, dass wir in einer Woche woanders hinkommen. Doch daraus wurde nichts. Die Nächte sind kalt, besonders für Babys. Alle Babys sind krank. Daniel Bomke arbeitet heute den ganzen Tag in der Kleiderkammer. Es fehlen Decken und feste Schuhe und vor allem Männerkleidung in kleinen Größen. Wenn alles durchnässt ist, dann haben sie kalte Füße, nasse Füße. Dann haben sie auch komplett, ihr Körper ist durchnässt, es ist kalt, sie frieren. Die Flüchtlinge, die kommen alle aus warmen Gegenden, sie frieren noch stärker als wir hier. Und dann ist die Erkältungsgefahr natürlich sehr viel größer. Der Senat versucht nun neue Großunterkünfte aus dem Boden zu stampfen, um die Zelte abbauen zu können. Nachdem die Unterkunft Schnackenburg-Allee in kürzester Zeit auf 2400 Flüchtlinge aufgestockt wurde, kommt nun eventuell eine weitere Großunterkunft in der Nähe. Der Parkplatz Grün am Volkspark wird als Standort geprüft. Im Gespräch sind 2.000 bis 3.000 Flüchtlinge. Während die Bürgerschaftsfraktion der Grünen die Fläche abnickt, stellen sich die Grünen in Altona gegen die Parteikollegen im Senat. Es muss dringend daran gearbeitet werden, die Unterkünfte zu verkleinern. Auch wenn der Senat sagt, große Unterkünfte sind kein Problem. Sicherlich, verwaltungstechnisch ist es einfacher, größere Einheiten zu bearbeiten. Aber für die Menschen in den Stadtteilen und für die Flüchtlinge selbst sind kleinere Einrichtungen absolut von Vorteil. Grundsätzlich sind solche großen Einheiten natürlich hochproblematisch. Und eigentlich haben wir immer dafür plädiert, kleine Einheiten zu schaffen. Andererseits, die Not ist einfach da und insofern wird man auch hier in den sauren Apfel beißen müssen. Nach Informationen des Hamburg-Journals prüft der Senat zudem die leerstehenden Praktikermärkte, wie hier an der Holsteiner Chaussee. Ein Abkauf der Flächen sei denkbar. Ein festes Dach über dem Kopf und keine nassen Füße bleiben das oberste Ziel. Ich beantworte.